Bist du auf der Suche nach einem ganz besonderen und einmaligen Adventskalender für dein Kind? Willst du etwas, das noch lange in Erinnerung bleibt und nicht viel Geld kostet? Dann schenke deinem Kind das Wertvollste, was wir haben. Zeit, und zwar zusammen mit dir. Dazu versteckst du Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten im Adventskalender. Das macht nicht nur Spaß, sondern fördert auch die Kreativität, Feinmotorik und Achtsamkeit deines Kindes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.